Musik Grüßt euch Freunde und herzlich willkommen zu diesem Invictus Launch Week Worst News Spezial. Wir befinden uns im dritten Tag der Intergalactic Aerospace Expo und Aegis Dynamics ist unser zweiter Aussteller und wir können uns nun auf der Seite von Robots Space Industries wieder die Schiffe angucken und erwerben, wenn wir das denn möchten. Envil Aerospace ist ebenfalls noch da, das zeige ich euch jetzt aber mal hier anhand dieses ersten Reiters. Da gehen wir mal ganz kurz rauf, gehen dann auf Few More und dann sehen wir dann schon die Aegis Dynamics Schiffe, die hier wunderbar wieder inszeniert sind von Robots Space Industries. Ihr könnt übrigens, und das wusste ich vor zwei Tagen noch nicht, hier unten links, könnt ihr zurückgehen. Da seht ihr dann wieder Envil Aerospace zum Beispiel, da könnt ihr dann auch wieder die ganzen Schiffe, die ich euch vor zwei Tagen schon mal gezeigt habe. Und wenn ihr jetzt hier in diese Schiffe reingeht und auf Few Buy Options geht, dann seht ihr hier unten auch die Farben. Und das sind auch die neuen Farben, die mit Envil Aerospace gekommen sind. Das sind Farben für die Pisces und das ist einmal dieser Night Break Paint und dieser Scrumble Land Paint. Den könnt ihr euch einmal in dem Pack kaufen für 7,36 Euro oder halt auch einzeln, wenn ihr das möchtet. Ich zeige euch aber ganz zum Schluss noch mal eine Seite, wo ihr einfach alle Farben seht für alle Schiffe, die es momentan gibt. Da sind die dann übrigens auch zu finden. Wenn ihr dann hier noch einen zurückgeht, dann seid ihr auf der Seite, die interessant ist für alle Einsteiger, die den Freefly benutzen wollen. Hier seht ihr nämlich, wie ihr den Account euch erstellen könnt. Oder ihr könnt den Account erstellen, wenn ihr hier rauf geht. Das hatte ich euch ja alles schon gezeigt. Ihr seht hier auch die vergünstigten Starter Packs, die gerade im Angebot sind. Und hier unten gibt es dann noch eine kleine Map, wie ihr zur Messe findet. Dann gibt es hier noch mal den Trailer und so weiter und so fort. Wir wollen uns heute aber einmal die Aegis Dynamics Schiffe angucken. So, und das machen wir heute mal. So, wir haben jetzt am Anfang hier insgesamt 21 Vehikels, die wir einmal durchgehen. Wir haben einmal die Avenger Stalker. Das ist die mit den Gefängniszellen an Bord. Die könnt ihr euch nun wieder erwerben. Ebenfalls die Variante, die Titan. Das ist die Frachtvariante mit 8 Standard Cargo Units. Ist ein super Einsteiger Schiff. Gibt es ja auch, habt ihr ja gerade schon gesehen, in diesen vergünstigten Starter Packs. Dann haben wir eine besondere Variante, die Avenger Titan Renegade mit einer besonderen Lackierung. Ist im Prinzip die gleiche wie diese Titan, nur halt mit einem besonderen Loadout und einer besonderen Lackierung und wurde einer besonderen Person gewidmet. So, dann haben wir hier die Warlock. Die hat ein EMP hinten drin. Wenn ihr darauf steht, dann könnt ihr da wieder zuschlagen. Dann haben wir hier den Stealth Bomber, die Eclipse. Sehr, sehr geiles Ding. Size 9 Torpedes an Bord. Drei Stück, glaube ich. Super cooles Ding. Dann die Gladius. Ein sehr, sehr geiler und beliebter, leichter Fighter. Dann die Variante, die Valiant. Ebenfalls ähnlich wie die Renegade. Nur zu besonderen Aktionen oder zu besonderen Events zu erwerben. Diese bekommt ihr wirklich nur zur Invictus Launch Week oder halt auch zur Intergalactic Aerospace Expo Ende November. Sonst bekommt ihr diese speziellen Varianten meistens nicht. Gilt übrigens auch für dieses Schiff. Sonst gibt es halt nur so zu bestimmten Events. So, dann sind wir hier bei der Hammerhead. Wenn ihr ein Heavy Gun Ship wollt mit mehreren Türmen und Jagd auf leichte Fighter machen wollt, dann seid ihr mit diesem Schiff an der richtigen Adresse. Dann haben wir hier die Idris P. Und ich schwöre schon, es ist alles ausverkauft. Ja, wenn ihr die Idris P. haben wollt, dann müsst ihr nach den Wellen schauen. Die erste Welle ist um 18 Uhr gestartet. Da ist natürlich jetzt schon alles weg. Warbound, also mit Echtgeld und auch nicht Warbound, hier mit Store Credits. Das ist meistens schon immer eher ausverkauft als das. Aber, wie gesagt, das geht rucki zucki. Dann sind die ausverkauft. Die zweite Welle jetzt, die ist um 2 Uhr nachts. Und die dritte Welle ist um 10 Uhr morgen früh. Also, wenn ihr dieses Schiff haben wollt, stellt euch den Wecker oder bleibt lange wach. Wie auch immer. Das gleiche gilt übrigens auch für die Javelin. Und ich wette, auch hier ist schon beides ausverkauft. Ja, Freunde, wisst ihr. Ich weiß zwar nicht, wie viele da drin sind. Ob das wirklich nur 10 sind oder 100 oder 1000. Keine Ahnung. Aber was da über den Tresen geht. Ich will nicht wissen, was da Cloud Empyum jetzt wieder verdient. Und es gibt doch nicht mehr Farben. So, wir gehen weiter. Dann haben wir hier noch die Nautilus. Das ist ein Bombenleger und auch Bomben mit Entschärfer. Beziehungsweise eher Minen, nicht Bomben. Und hier seht ihr zum Beispiel ein sehr beliebtes Schiff. Sollte schon ewig fertig sein, ist aber bis heute immer noch nicht im Wörst. Ist immer noch im Konzept. So, dann haben wir hier die Redeemer. Ein Schiff, was mit der Community zusammen gestaltet wurde. Auch noch nicht so lange mit drin. Auch wieder hier zu erwerben. Hier gehen wir mal rein. Denn für dieses Schiff gibt es nämlich zwei neue, sehr, sehr schöne Farben. Einmal den Valencia Paint. Das ist so ein bisschen grau, rot, orange, schimmernd. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann gibt es ebenfalls den Scrumpland Paint, den es auch für die Pisces gibt. Das ist so eine Art Flecktarn. Sieht auch ziemlich cool aus. Das Ganze gibt es natürlich auch hier im Fünfer-Kombi-Pack, wenn ihr diese Farben noch nicht habt. Oder auch im Zweier-Pack, wenn ihr diese hinteren Farben dann schon habt. Die sind sowieso ganz cool. Auch dieser rein weiße sieht sehr geil aus. Auch dieser schwarze Matte mit diesen gelben Akzenten sieht sehr cool aus. Der, ja gut, da finde ich den ein bisschen geiler. Aber ist natürlich auch immer so Geschmackssache. Auf jeden Fall, das sind die beiden neuen Farben für den heutigen Tag. So, dann haben wir natürlich noch den Retaliator. Die Retaliator. Das Retaliator Gunship, so gesehen. Dann haben wir noch den Retaliator Heavy Bomber. Der ist hier nochmal ein bisschen gesondert hier. Irgendwie gab es damals mal, war das die Idee, dass man diese beiden Schiffe irgendwie umbauen kann. Dass man sich einen, so ein Pack holt und dann kann man das da irgendwie, ja, keine Ahnung. Da bin ich raus bei dem Schiff. Also irgendwie ist es sowieso nicht meins und ich habe mich da nie für interessiert. Vielleicht wisst ihr das besser. So, dann haben wir hier einmal die Saber. Das ist ein Stealth-Fighter, ein mittlerer Fighter. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr gut bewaffnet. Dann haben wir hier die Variante. Das ist wieder eins der Master-of-Flight-Serie. Auch wieder ein Schiff, was speziell nur an besonderen Events zu erwerben geht. Hat ein leicht anderes Loadout als die normale Saber. Und der Skin ist halt auch einzigartig an diesem Schiff. Und dann kommen wir noch zu den Vanguard-Varianten. Wir haben hier einmal die Harbinger. Das ist der Bomber dieser Variante. Dann haben wir das Dropship, die Hopelight. Dann die Interdiction. Das ist die Warfare-Variante. Also die für die elektronische Kriegsführung. Und wir haben noch die Warden. Das ist letztendlich der Heavy Fighter, kann man sagen. Das Pendant zu Scorpius. So, und ganz zum Schluss noch die Vulcan. Das ist ein Repair, Refuel und Rearm Ship. Das ist aber anders wie bei der Starfarer. Hier fährt kein Schnorchi aus, sondern hier fliegen dann so Drohnen raus, die diese Schiffe dann reparieren und auftanken und vielleicht auch nachmonitionieren. Wahrscheinlich sogar. So, das sind die 21 Vehicles von Aegis Dynamics. Dann haben wir noch das Warbond Daily Deal Upgrade. Das ist die Vanguard Sentinel mit 10 Jahren Versicherung. Und ich habe mir jetzt auch erklären lassen, was das Besondere daran ist, weil ich dachte immer, wieso? Ich kann nur alles hier upgraden. Aber diese Daily Deals, die sind einfach vergünstigt. Ja, ihr kriegt dieses Schiff, wenn ihr darauf upgradet, dann einfach günstiger als sonst. Also, wenn ihr wollt, Sentinel, das ist euer Schiff, dann gib ihm. So, dann haben wir noch das Video. Das haben wir schon gesehen. Und hier unten gibt es dann noch ein paar Concierge Packs. Also, wenn ihr über 1000 Dollar schon an CIG gespendet habt, dann könnt ihr hier zuschlagen. Alles einschmelzen von Aegis Dynamics und neu holen. So, das ist natürlich, da braucht ihr nicht einschmelzen, weil das müsst ihr mit Echtgeld bezahlen. Da ist die Stalker, die Titan, die Titan Renegade, die Warlock, die Eclipse. Dann haben wir noch die Gladys, die Gladys Valiens, die Hammerhead, die Idris P ist noch dabei, die Javelin, die Outlaws, die Reclaimer, die Redeemer, die beiden Retaliator-Varianten, die Saber-Varianten, die Vengard-Varianten und die Vulcan. Also, alles drin. Und das Schöne ist, ihr kriegt das Ganze sogar mit Lifetime Insurance und könnt noch zwei Namen vergeben. Das könnt ihr jetzt schon machen. So, und dann haben wir das Ganze noch mit Store Credits. Da kostet das dann ganz ein Tausi mehr. Aber da habt ihr eigentlich das Gleiche drin. Auch Lifetime Insurance für alle Schiffe. Und, ja, wunderbare Sache für jeden Fan von Aegis Dynamics. Und dann haben wir noch ein Aegis Gear Pack. Da gehen wir auch nochmal ganz kurz rein. Da gibt es, glaube ich, genau einen Hut und ein T-Shirt von Aegis. Aber ihr könnt auch hier komplett zuschlagen. Oder ihr kauft euch das T-Shirt einfach ingame. Das gibt es nämlich auch. So, und dann gibt es hier noch den Hinweis auf den Merchandising Shop. Und bevor wir gleich ins Spektrum gehen, zeige ich euch nochmal ganz kurz, dazu müssen wir nochmal hier hoch, wo ihr jetzt die Farben findet. Dazu geht ihr hier oben in den Pledge Store, geht auf Extras und auf Paints. Und hier habt ihr dann alle Farben, die es bislang gibt. Es gibt hier spezielle Farben, die es nur zu Invictus Launch Week gibt. Das sind diese Invictus Blue und Gold Paints. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr da Fan von seid, ob ihr diese blauen Farben halt mögt. Müsst ihr immer mal gucken, wo Limited steht. Da sind die blauen Farben dann meistens mit drin. Die gibt es jetzt auch nur zu Invictus Launch Week. Danach sind die dann wieder weg. Aber wenn ihr das toll findet, dann müsst ihr da jetzt zuschlagen. Dann habt ihr hier auch immer den Hinweis von den neuen Farben. Da steht dann immer New mit bei. Hätten sie jetzt hier nochmal mitbeischreiben können. Aber wie gesagt, das sind die neuen Farben. Auch das ist halt letztendlich dieses komplette Paket. Ein bisschen vergünstigt. Und hier wieder so ein paar Limited Edition Dinger für die Retaliator zum Beispiel. Für die Warden hier auch nochmal. Natürlich sind hier noch viele, viele weitere Schiffe dabei. Auch Alien Schiffe, die dann später wieder auftauchen. Auch hier wieder der Invictus Paint. Und hier dann auch die neue Farbe für die Pisces. Auch die Legionär nochmal für die Concerge. Die können sich das hier auch direkt rausziehen. Auf jeden Fall sind schon einige Farben zusammengekommen. Hier die Defender zum Beispiel. Die hatten jetzt nichts mit der Invictus Launch Week zu tun. Aber diese Farbe könnt ihr dann trotzdem immer mehr euch hier aus diesen Paint Packs rausholen. Ja, Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Monaten, muss man schon fast sagen. Obwohl, ich kann auch schon wieder eineinhalb Jahre her sein. Gab es gar keine Paints. Ich glaube, das kam mit der 300i. Da hatte man so einen, wie nennt man das, so einen Konfigurator. Da konnte man sich so eine Farbe erstellen. Das war, glaube ich, so das Erste. Und dann kamen nach und nach die Farben. Und jetzt haben wir hier schon wirklich eine ganze Ladder an Farben. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, stöbert hier mal durch. Wie gesagt, hier ist alles drin an Farben, was es gibt. Und auch, was gerade angeboten wird. Da verpasst ihr nichts. Und wir gehen jetzt noch mal ganz kurz ins Spektrum rein. Denn hier gibt es jetzt auch heute wieder den Invictus Launch Week 2952 Screenshot Contest. Inville Aerospace ist mittlerweile abgelaufen, aber Aegis Dynamics läuft jetzt. Das ist der dritte bis vierte Tag. Ihr macht einfach einen Screenshot von der Ausstellung von irgendeinem Aegis Dynamics Schiff. Lasst euch ein bisschen was einfallen. Und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr eine Aegis Redeemer Standalone mit Lifetime Insurance. So, hier steht das. Das Ganze endet dann um 11.59 Uhr p.m. Pacific. Das müsste bei uns um 2 Uhr nachts sein. Macht es einfach vorher. Vor dem 23.11.59 Uhr. Und dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei, Freunde. Das so viel zum heutigen Tag, zum dritten Tag der Invictus Launch Week. Ich melde mich wieder zurück, wenn es was Neues gibt. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.